Unicorn Zombie Apocalypse Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Lightning, ich bin Starter, Berit ist heute dabei. Willkommen zu diesem neuen Video. Und heute spielen wir... Was bist du? Ich bin Detective. Ja. Ja, Leute. Leute, was geht ab? Mein Name ist Leid, ich bin Detective, ihr seid im Staat. Digger, als ob ich immer mit, ich kann immer mit dem Aufzug fahren. Wann ich will. Ich kann das oft mit dem Aufzug nicht. Ich kann das oft mit dem Aufzug. Ja. Ist sie das? Die ist es. Hat die dich? Nein. Nein. Komm, ich hoffe. Fuck. Die ist irgendwo... Da! Ja, Mann! Ja! Ja! Ich hab' mir zu tun, ich hab' mir zu tun. Ich hab' mir zu tun, ich hab' mir zu tun. Ich hab' direkt vorgefallen. Wir wieder 3! Ich hab'cé Ich hab' mir dann wieder gedacht, da? Ich hab' dasugescheidend Echo, wir gehen zu spülen. Jetzt, jetzt jedenfalls irgendwas ne justes. Itu ja? Dessere Alright. Ich hab' weiter hingehört. Reiko Kieler hier kannst du auch ich bin wirklich unschuldig Koka Lennart guck auf mein Bildschirm dass sie sich wirklich unschuldig bin für das ist erst mal der Aufnahme Mädchen ist nicht mehr Mörder sie haben mit dem Bogen gestoppt und schlechter Mordmörder Mörderin der Regen der Rainbow Skin ist Mörder um оставbar und ein das Messer ist so nach knapp an mir vorbeigeflogen schreibt Reignbois oder will nur mich der will nur mich keine Ahnung hoffentlich da wo er weiter Freize ich glaube wenn ich was sind die Voraussetzungen 25.000 Abos du musst Minecraft mit anderen machen wir würden es halt beide bekommen überleg mal hauptnah und wenig haben auch beide nicht stand halt noch so der Holz geht es gibt zu zwei Holz Holzbretter skin Holzgebiet Stein du bist unschuldig du bist unschuldig ich glaube ich will den Bogen und dich zu hüten es ist mir egal verlieren wir dann direkt bist du bist du mörder du bist aufgabe wenn das der Mörder ist bist du mörder Gibt es einen Sinn hier drin es gibt doch auf Revie oder so gibt so einen Spielmodus ne du musst halt auf die richtigen Farben nein nein es gibt doch als einzelnen Spielmodus ich weiß dass Mario Party ist wir können auch gleich so zwei neue Mario Party noch für euch aufnehmen aber erstmal für dich Mörder müsste wir ein bisschen noch schneiden müssen nein das ist das unbekanntes Testobjekt glaub ich nicht hallo bist du es bist du der wahre geh da raus der ist so schmuck äh hast du geschrieben warte nein es ist Alex ja ja weil das viele Deutsche hier in der Runde sind Alter du musst du die nächste Runde gehen ach so da unschuldig Lolo es ist jetzt die zweite dritte keine Ahnung wir sind auf jeden Fall erst bei sieben Minuten Mörder geht ja schnell da kriegen wir locker flockig Porn 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 aufnehmen was geht eigentlich vielleicht bin ich so schlecht Helene hat guck mal bitte so schlecht muss Lennart wie kann man so dumm sein um so eine Map zu bauen guck bitte guck bitte wie kann man so einen Schrank bauen ja guck ich hab die beide geöffnet ja aber es sieht ja trotzdem ein auch glaube ich weiß es bist du es warte dieses Mädchen im schwarz schwarzen Skit mit weißen Haaren ich glaube bis zu meiner nein ich weiß es der mit dem warte schoko warte ist es schoko ja schoko 0820 schreib mal schoko Mörder an toren ein Spaß ich gehe auch noch mehr ich kann auch noch mit ich bin einfach ich bin einfach geflogen ist sie ich bin einfach ein irgendwo raus geflogen alles ich habe unter die gehen ja ich bin unter der Map Leute Leute hier gibt es einen krassen Leute schreibt mir auf Insta weiß ich übrigens Insta Blitz 54 das ist richtig und Prozent guck doch gerne bei unserem Intro-Designer Niklecker P vorbei der hat unsere Intros design Nein ich war so nah dran Alter als ob ich hab die Grafik hatte gerade ein Detektiv-Bogen einfach auf Warte ich muss die Suche ich weiß es nicht noch mal Nö der Mörder warf sein Messer auf sich wenn ich die sehe weiß ich aber wer das ist ich hatte den Bogen von Betten und abgezielt sie hat mich abgeworfen Alter Leute das müsst ihr euch die Götter müsste ich mal angucken hier wenn ich bin ich jetzt nicht zu tun das wird dann noch mal eine kurze Wiederholung davon Nein ich war so nah dran Alter ich hab die Grafik ich hab die Grafik ich hab die Grafik ich hab die Grafik aber auch nicht Alter war das so es war ja ich wusste es hält jetzt nicht next round 4 und 3 ich weiß ich finde deswegen will ich ja wissen was die Voraussetzungen dafür sind weil er kommt wird dauert EF egal ob es so schlecht die GIF ja wie Regina er hat Prozent Prozent bis zu dr. Benz das ist kein er auf jeden Fall disso da 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 komisch nein warte 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 nein Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 erwartet Leute Leute das sind die Tricks wieder wir sind jetzt so schnell neu runter aus und dann sind wir schon wieder da wenn sie die Kategorik wieder rein und wieder und der jahre ganz toll ich bin schon wieder geteckt macht ihr Mucke an ich mache mir Mucke gleich an noch bis zum Mörder Hedda auch in Heinz Pots leider welchen als Ziel guck mal bitte wer mehr da ist für mich die gewinnt er trotzdem auch wenn du tot ist nicht die kinder ob er nicht mehr ist auch in der guck mal spielen immer ausfällig er ist nicht mehr er hätte mich längst getötet er ist Prozent jetzt kommt aber der Detektiv ist er lag davon war ja leider schneller und ich glaube das war die letzte Runde für diese Aufnahme wir haben schon 20 und da war da muss man nicht viel rausschneiden wegen das war immer wieder tschüss